So, und da sind wir wieder bei DLC-Quest, ähm, If Premium or Die, heute, die Erweiterung, die coole Erweiterung. So, ähm, was wollten wir machen? Wir wollten... was wollten wir machen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir wollten mal hier hoch, ne? Ein paar Münzen holen. So. Ähm, was ist denn, wenn wir... Warte mal, da geht's auch... da geht's ja auch noch hoch. Okay, hier hatten wir alles soweit. Jump against the walls and jump again. If you have the DLC, of course. Yes. You got it, no problem. Sincerely, Game Designer. Was haben die alles mit ihrem... you got it, meine Güte. Warte mal, da geht's noch... jetzt mal noch heim? Hab ich da was gesehen? Ne? Ne? Okay. Turn back, great danger ahead. Ich. Ich. Wo bin ich? Player. Shepard. I hear the creature you... got you. I thought you were dead. Oh, no, 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 no. Quite the opposite, boy. Wait. You're behind the disappearances? Oh, long time ago. Perhaps in a different game? You killed my ship. Sheep. Sicher? Ich hab das Schopter nicht getötetet. Ich hab das drauf geachtet. I asked you not to harm them. I even made a sign. No, you. And everyone else will pay the price. Prepare to die at the hands of zombie sheep. Well, the hoes of zombie sheep, anyway. And if you kill these sheep, they just come back. Aren't zombies great? Okay, enough. Chitchat. Time to die. Player. Aha. What? Zombies. Zombies, Schafe sind doof. Ich glaube, wir brauchen ein neues DLC. Hab ich so. Ein Gefühl. Das werden ein DLC brauchen, ein neues. Warte mal. Eh. DLCs, DLCs, DLCs. Kaufen, 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 kaufen. Kaufen. Ah. Das können wir uns gerade so leisten. Harmless Plants. Was waren das jetzt? Haben das Plants weg. Plants. What possible use could these have? We're really scrapping bottom of the barrel here. There are no refunds for this item. Okay. Keine Ahnung. DLC. Aber wir müssen ja dahin hin, weil irgendwo anders geht. Vielleicht fressen jetzt die Schafe. Das Gras. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ganz ehrlich. Gucken wir mal. Eh. Ähm. Das war ja schlau. Bah. Bah. Brains. Wait. Wouldn't you rather have these plants? Ah. No. Who would have thought that plants would defeat zombies? Huh. Wer hätte das gedacht? I mean, it's kind of silly. If you think about it. Oh. Und wir bringen ihn um. Wait. Come on now. Player. Yes. Shepard. Coole Sache. Developed by Going Loud Studios. Das war es aber noch nicht. Oder? Nein. Player. Shopkeep. What are you doing here? You can't leave yet. What? Get out of my way. I have to walk triumphantly while the credits roll. I can't let you do that. You'll see. Okay. I'm a hero. I save the town. Everybody is safe. Safe from what? Zombie sheep, please. There are far greater than treats than zombies for you now. Oh yeah? Like what? Äh. Ähm. Error. 3000. Reconnecting to server. Bitte. Ähm. Hallo? Ähm. No resp... Äh. Vor allem wenn man sich mal bedingt, dass das Spiel überhaupt mit keinem Server verbunden ist. Ist das schon lustig. Aber man könnte im ersten Moment denken. Waiting for every single slot. Das ist schon geil jetzt. Ähm. 15, 19. What? Kannst du nämlich bitte... Ah. Cut content pack. Ah. Man kann ja auch langsam laufen, wenn man einen Controller benutzt. Das ist schon geil. Fallen wir mal hier runter. Ich glaube wir müssen wieder runter. Oh. Boisada. Boisoda. Boisoda. Schleichwerbung. Village. So. Oh. Open digital store. This area should... Alan please add wood. Ach. Da oben müssen wir jetzt nicht. Siehst du? Should have been ready at launch. Alan please add pack description. There are no refunds for this item. Okay. Dann gehen wir doch mal in die Alan add zone name. Äh. Moment mal. Wo müssen wir denn da lang? Ich glaube hier drüben war das, ne? Hier geht's rein. Dann müssen wir durch die Dark Zone da oben. Oh. Dann müssen wir hier drüben hin, ne? Kann das? Ich glaube ja. Tatsache. Alan please add zone name. Wahnsinn. Wow. Where did you come from? None of this was there a minute ago. I don't know. Ja. Okay. Das war dieser DLC NPC, den wir uns gekauft haben. Was auch immer der hier macht. Der chillt ein bisschen. Oh Gott. Hier können wir da so viele Münzen sammeln. Ich sehe schon Böses kommen. Es ist Böses im Busch. Das Böse. So. Ich. Ich. Yeah. Ich bin der Skilla. Naja. Nicht so. Eigentlich eher nicht so. Okay. Hier fahren keine Münzen mehr. Ich habe gedacht, ich habe welche übersehen. Aber nein. Wie kommen wir denn da rüber? Kommen wir da irgendwie anders runter? Oder müssen wir da? Ah. Ich glaube, so kommen wir da runter. Wupp. 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 So. Okay. Und hier. Und hier. Was ist hier so los? Was ist hier so am Stizzeln? So. Okay. Was lauert der da am Stizzeln? Und hier geht's hoch. Oh. Hier geht's hoch. Dead. Okay. Zweiter Versuch. Ich. Hab den Skill. Okay. Jetzt können wir wieder sterben. Ähm. Gibt's hier noch mehr Münzen? Habe ich noch welche übersehen? Eigentlich ja nicht so, ne? Oh, das ist ja mega knapp hier. Jetzt geht's erstmal hier hoch. Hier oben gibt's nämlich auch noch Münzen. Münzen. For the world. Ach, hier oben waren wir ja schon. Okay. Hier oben gibt's anscheinend doch keine Münzen für die World mehr. For the world. Hm. Was machen wir dann hier? Zeh'n noch weiter. Ah, hier gibt's noch ein paar Münzen, siehste. Und da unten. Geht es doch... Achso, das ist dieses... Dieses Ding. Ne, warte mal. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen... Von der Theorie her... Haben wir neue DLCs bekommen? Ich weiß es jetzt nicht. Ah. Mega viel Geld. Oh. Das war ja schlau. Okay. Ach, mein Stimme wird langsam wieder ein bisschen abkackend hier. Wir machen da gleich nochmal ein Folgenpäuschen. Und dann gucken wir mal... Wie es... Ich guck... Ich guck vorher noch, ob wir irgendwelche neuen DCs haben. Oder ob wir hier oben irgendwo noch hinkommen. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich nicht. Wupp. Okay. Jetzt müssen wir doch hier irgendwie... Was Neues haben oder sowas. Cave Zone. Warte mal. Ich hätte gerne... Den... DLC Automaten. Okay. Wir haben nichts Neues hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich guck da nochmal. Ähm... Wir sehen uns da weiter um in der nächsten Folge. Ich guck jetzt nicht weiter. Ich drücke sogar hier Pause. So. Bis zum nächsten Mal. Haut Ruhe. Rein. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Ciao.